Aber ich hebe mir immer diese guten Sachen auf, für irgendwas, was wirklich dann sehr, sehr schwer wird. Weil hier, die können wir mit dem Flair, zack! Und selber mit der... Einfach mit der ganz normalen Knach hier abknallen. Ey, wie kommst du so nah ran und ran hier? Einmal schnell umdrehen. Und hört's jetzt gleich auf, hört's jetzt 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 auf, lasst es aufhören, lasst es aufhören, lasst es aufhören, lasst es aufhören, lasst es aufhören. Nö, es hört nicht auf. Doch, hört auf. Hört auf. Oh, Gott sei Dank. Checkpoint breached. Checkpoint breached. Da, 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 da. Checkpoint breached. Okay. Wir sollten wohl hier bei dieser Brücke aufpassen, wo wir hintreten. Ähm. Auch für den hier, benutzen wir auch den hier. Komm. Aua. Und tschüss. Abgewerbt. So, Six-Gun-Scribe. Wir kriegen hier Archivement für Archivement. Da, 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 was da? Hat da gerade nicht gelb geleuchtet irgendwas? Nein? Doch, sag ich doch. Und dann atmet's wieder hier. Oh, wie ich das doch hasse. Immer dieser Atem von der, äh, Alice oder wie sie heißt. Im Ohr. Ich würde irgendwie sagen, da komme ich nicht rüber. Da müssen wir außen rum gehen. Ein Manuskript-Page. Vielen Dank. Das ist wieder völlig außer Atem, der arme Kerl. Cross the Mountain Ruins. Oh Gott. Das hört sich nicht gut an. Irgendwelche Ruinen sind schlecht. Das ist ein Spaß hier, oder? Achso, okay. Das müssen wir umstucken. Zack. Wir sind jetzt hier voll hier. Die Zerstörer sind wir. Ähm... Was soll ich davon halten? Ein Haus. Und wir müssen in dieses Haus rein. Bis. Was? You talked to me on TV. Tom, Tom. I miss you, Tom. Did you try this? Tom, 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 Tom. I curse you, Zane. Tom, 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 Tom. Absolut kranker Scheiß. Aber who the fuck is Tom? Ich bin Alan. Flares! Ganz viele Flares. Tack, 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 tack. Hallo? Hallo? Oh, war ja klar, ne? Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, vier, hunderte. Okay, das ist jetzt genau so eine Situation, wo ich jetzt hier einfach ganz schnell mal den hier wach. Sollte. Autsch. Da ist doch noch ein anderer. Wo ist denn der? Da oben. Oh Gott. Wieso stirbt der nicht? Autsch. Gott, leck mich am Arsch, Mann. Die ganzen Flas, die verschwindet. Und die ganze Munition natürlich auch. Waren zu viele. Jump! Okay, schön. Tiefdurchatmen hier, tiefdurchatmen. Reach the Marrow Peak Lockout. I could see Cauldron Lake. I thought I could make out the spot where the island and the cabin had been. It was a light near it. It had to be a boat. Es muss ein Boot sein. Ein Boot. So, jetzt müssen wir aber die Waffe benutzen, weil wir nur noch drei Schüsse haben. Und drei Schüsse sind nichts. Das ist das Reichverein gegen, ja? Tü, 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 tü. Hey, I'm here. I'm coming. Okay. Okay. Nicht gut. Hallo. Wer bist denn du? Oh mein Gott. Okay. Was genau tut der Kerl das? Nein! Wasser! Alan Wake! Schöne Musik hier. End of Episode 3! Woo! So, wir können das jetzt skippen. Zack! Previously on Alan Wake. I'm hunted by the law. Sheriff, Wake's running. I'm giving change. Are you seriously telling me that writer just took out my deputies? A thriller I supposedly wrote is coming true. The genre of the story seems to be shifting. It's turning into a horror story. I was told that Alice had been kidnapped. But that was a lie. We don't have his wife. We don't know where she is. Her purported kidnapper was eaten up by the dark presses before it attacked me. Episode 4. Die Wahrheit. Alan. Shh. Baby. It was just a nightmare. Alice. There you go, Alan. Hartman. I fell. I had to give you a sedative. Don't fight it. I... You went through another rough period. What? Right now it's very important that you stay calm. We don't want you to have another... You're a patient at my clinic. Have been. For a while now. The shock of your wife's death triggered a mental illness. No. You're... You lying. You're suffering from various symptoms of undifferentiated schizophrenia. Bastard. It's okay, Alan. Just let her go. Okay, er ist schizophren. Oder sowas. Wie der Arzt jetzt gesagt hat. So sieht das auch aus hier. Alles sehr groggy. Ich glaube, das war mit jemandem anderen. Someone, den ich auf Telefon kenne. Hey. Ich konnte nicht denken. Ich konnte nicht fokussieren. Die Tür war lockt. Ich war ein Prisiner hier. Es waren nur empty Schäte von Papern hier. Keine Manuskriptpagen. So, ich glaube, wir sind tatsächlich vielleicht hier. Hallo. Hallo. Guten Abend, Alan. Hi. Seht ihr jetzt besser? Seht ihr ruhig? Seht ihr ruhig? Ja. Ich sehe, du hast deine Pett-Gurilla mitgebracht. Also sicher, ich bin ruhig. Ich bekomme die Message. Laut und klar. Warum? Das ist der Geist? Du bist sehr wunderschön, Alan. Ich verstehe. Du bist verraten. Ich wäre mehr überrascht, wenn du mich nicht wunderschön gewesen wärst. Ich schaue dich nicht für das. Bigger view. Jetzt. Warum nicht mit mir kommen? Wir werden dich mit meiner Klinik wiederherkennen und gehen über alles, was du vergessen hättest. Ein kleiner Weg und ein bisschen frisches Luft? Ja, es wird dir gut machen. Okay, dann geben wir mal mit dem blöden Sack hier mit. Oh, was war das? Nein, Springs. Wo sind die Waffen? Ich möchte euch töten. Ich betrachte, dass du so. Splendid, Alan. Ich glaube, wir können das Ding unter Kontrolle, wenn wir zusammen arbeiten. Ich möchte aber nicht mit dir zusammenarbeiten. Ich muss die dunklen Herrschaften töten allesamt hier. Ein Fahrstuhl aus Holz. Sehr elegant. Ja, komm, drück schon drauf. Du hast schon gedrückt? Alan, aus der Vergangenheit mit dir, ich weiß, dass ich direkt in die Mitte der Sache muss, so schnell wie ich kann, nach einem Episodien. Also, ich werde nur sagen, dass Alice ist tot. Alice ist tot. Was? Nein. Du bist in einem sehr vulnerable state, bis du verstehst und akzeptest das. Alice drowned. Und du nicht konntest das. Du wirst von Hallucinationen, Paranoid Delusions, Unusual Thinking, an Obsession über Licht und Dunkelheit. Okay. Ich fühle mich, dass alles rund um dich, deine Gedanken und Träume befindet. Dein Geist hat ein elabortes Fantasie-Szenario gebaut, in dem deine Wissen die Realität effektiv sind. Sie hat gebrochen, und die supernaturischen Forzen der Dunkelheit versuchen, dich zu stoppen. Wir gehen hier, Alan. Okay. Also, sind wir jetzt verrückt, oder sind wir jetzt nicht verrückt? Das ist jetzt die Frage. Das ist alles in deinem Kopf. Du hast es gemacht. Apart von dem tragischen Erkrankung mit deinem Frau, niemand hat sich getötet. Deine Delusions sind nur eine Manifestation von deinem Selbstbewusstsein, der versucht, dich zu retten, von den sehr schuldigsten Träumen. Wenn wir die Fantasie kämpfen, wird es zurückgekommen. Ich weiß, dass mein Instinkt ist, mich zu resistieren, aber ich denke, es macht es nicht mehr Sinn, als die verrückte supernaturische Konspiratie, die du in deinem Kopf konkochtet hast. Okay. Ah, wir können doch langsam laufen, dann laufen wir langsam mal hinterher. Eine Sonnenuhr, wie viel haben wir? Ich kann das nicht lesen. Eins, zwei, drei, vier oder so, keine Ahnung. Ah, da hinten war mir. Sehr inspirierend, ist es nicht? Ja, sehr schön. Ich sprich doch gar nicht, Herr Kjell. Hui, hui, hui. Es scheint, dass es eine Sturm kommt. Wunderbar, ich erinnere mich nicht, dass es eine Mention hat in der Wetterverkastung. Okay, so, ich muss mich gerade mal strecken, darum habe ich gerade nichts mal gesagt. Was ich dir erzähle, ist gut.